so guten morgen meine freunde heute sonntag heute machen wir mal ein gulasch die zutaten haben wir zwiebeln ungefähr gleich so wie das gulasch fleisch das ist ein rindfleisch vom angus rind eine halb kilo dann habe ich hier noch schweine bauch ungefähr ein halbes kilo paprika kartoffeln gewürze wie pfeffer salz knoblauch und chili und paprika pulver das ist wichtig dann habe ich noch ein selber gemachtes tomaten öl wasser brauner schuss öl und eine flasche wein rotwein bestes der markelsheim tauber schwarzwälder und paar kartoffeln und was fehlt noch natürlich feuer kommt lass uns anfangen was machen als erstes wir tun einmal die zwiebeln rein oder öl zuerst ein öl rein und dann kommen die zwiebeln rein die zwiebel schön anrechten also zwiebeln habe ich ungefähr so viel wie auch fleisch habt zwiebeln ist geschmack in der zeit kann ich die paprika schneiden und alles weil zum gulasch das braucht seine zeit ungefähr drei stunden beschäftigt sein heute aber was soll's haupt was schmeckt drei stunden lohnt sich immer ein gutes essen so nachdem ich meinen speck bauchspeck geschnitten habe die schwade wird nicht wegschmissen die schwade kommt damit nein die gibt geschmack die tun wir dann zum schluss raus die gibt einen guten geschmack gleich davon nicht wegschmeißen fett ab und alles lassen alles da drin jetzt noch ein paar minuten fünf minuten habe ich jetzt die zwiebeln drin gelassen durch den bauch auch rein erstmal den bauch der gibt ein wenig fett ab dann können die zwiebeln besser garen das gibt eine gute geschmackle eine farbe alle so nach zehn minuten werden gewürzt ich nehme noch ein löffel honig durch noch rein es gibt ein gutes geschmackle dann dann kommt sein pfeffer durch rein dann anständig dann kommt mal paprika rein halbes fläschchen habe ich reingetan dann tun wir noch ein bisschen knoblauch rein jetzt werden wir noch einmal die ganze geschichte nochmal jetzt wird dann die geschichte mal eine gescheite farbe jetzt kommt meine tomaten ich habe mir selber gemacht das tomatenmarkt kommt da rein ich habe mir letztes jahr gemacht das spülen wir mit wasser aus wird nicht verschwendet und schütteln das auch mit rein so jetzt kommt das rindfleisch das angus rindfleisch rein bestes rindfleisch vom angus reit essen braucht zeit und was ist schöner als was leckeres zum bereiten ja das sieht schon mal wie das dürfte wie das duftet leid auf jeden fall jetzt das brauche jetzt leid paprika schneiden muss ich jetzt ja die flasche wein muss sie aufmann zum ablöschen ein bisschen jetzt lassen wir das noch ein paar minuten so vor sich hinziehen jetzt was fehlt noch ein chili pulver weil selber gemacht ist zwei messerspitzen das ist genügend das ist schon scharf wie der teifel mein tomaten glas aber jetzt mal ausgespült und die brühe kommt auch rein wird nichts weg schmissen leid wäre schade das wäre ja schade drum noch mal gescheit angerührt und schon jetzt mit diesen wenigen zutaten ist das ein geruch das geruch fernsehgeber zeit wird alles vor der haustür stehe jetzt darf das das andere jetzt lassen muss mal eine halbe stunde schmoren schneide ich meine paprika kartoffeln so eine halbe stunde ist vergangen jetzt mal die paprika dazu was ist in der zeit passiert hat schön wasser gelassen die zwiebeln und alles ja und es duftet herköstlich es duftete heilen zack jetzt so die paprika rein noch mal wasser ab und eine gute geschmack immer wieder ab und es kann nur gut werden ganze geschichte kann nur gut werden lassen wir es noch mal für sich arbeiten zeit braucht man machen wir mal die flasche wein auf weil jetzt haben wir zeit jetzt können wir mal die flasche wein aufmachen mal gucken was da drin ist und mal probieren wie das schmeckt und wir den da rein tun können oder nicht also der tauschwarz das ist ein guter wein markelsheimer weil es so gut ist also die gute halbe flasche die andere halbe flasche ist für mich weil ich habe jetzt zeit jetzt kann ich was gemütlich machen ja das mache ich jetzt auch gemütlich und abwarten so nach guter zweieinhalb stunden habe ich noch mal zweieinhalb kilo kartoffeln die kommen da auch rein jetzt geht alles nein top ist wieder zu klein immer alles zu klein so jetzt lassen wir das noch mal eine gute halbe stunde köcheln und dann habe ich das duftet leute ich sag's euch das riecht wenn ihr riechen könntet so meine freunde nach guten dreieinhalb stunden ist mein gulasch fertig sind acht personen da und ich weiß in der stunde ist kein tropfen mehr da ich will mich nicht loben aber das ist leckerei ich habe es schon oft gemacht dieses gulasch und es gibt nichts besseres da kommt nichts dran ich will mich nicht loben aber probieren wir mal und ich sag's euch ich habe schon probiert schon paar mal als habe ich jetzt gegessen köstlich 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 leute macht es unbedingt nach das ist leckerei wie es keine zwei mal gibt in diesem sinne bon appetit euer matze über den daumen hoch würde mich echt freuen das wäre mein lohn und ich wünsche euch einen schönen sonntag nachmittag ade miteinander ciao ciao das ist lecker